Die Internationale Staatengemeinschaft hat sich bei der Umweltversammlung der Vereinten Nationen in Nairobi darauf verständigt, einen rechtsverbindlichen Vertrag über den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen, der von der Produktion bis zur Entsorgung reicht, auszuarbeiten. Die Resolution, die konkreten Verhandlungen für ein rechtsverbindliches Abkommen den Weg ebnet, könnte der weltweiten Plastikvermüllung einen Riegel vorschieben.